so schauen wir das hier dabei genau nehme ich die nehme ich mit dafür haue ich gerne irgendwas weg steine nicht die brauche ich die zweite schaufel könnte weg das sagen kann ich nicht mitnehmen kommt fürs monster mit so das ist ordentlich gefahren ist das schön wieder ordentlich fahren können zu können und so soll ich absetzen das ding ja 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 das ist mir zu blöd da gehts nicht drüber ok könnte man hier runterfallen ins wasser wäre ich jetzt in dem moment runtergefahren na gut so freisch ich erstmal durch hier na so so das ist eine Menge Bienen so 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 nein drop this shit drop this shit wir sind ja natürlich jetzt auch mal dabei ist unser Leben hier komplett aufzufüllen das hat nämlich sonst reichlich knapp reichlich knapp so so mitnehmen mitnehmen und das dann noch mitnehmen so 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 war ich hier unten schon durch den möhre sieht nicht so aus doch hier war ich schon hier war ich schon na gut pick up shovel nehme ich dann immer die hier mit so mal schauen wo wir jetzt sind ich würde ja gerne ein bisschen mehr eine gegend erkunden dazu müsste ich zurück durchs wurmloch und dann gerade nach oben uh das fleisch esse ich es halt so ähm auch die fehler kommt mir sehr gelegen ich weiß bloß nicht wo ich sie hin tun soll ich weiß was ich mache jetzt mal ein feuer und da kriege ich den ganzen spaß hier was war hier noch hier war da noch was die zwei samen ein einmal das buffalo holen wo auch immer so na gut weiter geht's mal eine spitzhacke sehr schön bisschen stein kann ich mir wieder gebrauchen wir werden ein bisschen insehen langsam aber so da habe ich dich so wirklich bei mir vor da habe ich dich so wirklich bei mir vor na gut ich ich brauche mir mal ein bisschen spaß noch so dann machen wir das hier so dann machen wir das hier so 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 das so 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 das Alles klar Flupp Mining Ich will auf jeden Fall auch noch mal ne Rot bauen Neue Neen Lightning Rot So Scheiße ist die verfolgt Naja Und diese Stones brauche ich auch ganz viel So Ah super Das haben wir noch so Da haben wir noch ein ausbauen Da ist immer schön Ralf Ich nehme ein Stock an Ach ob ich den an die Lichtzelle dran schließen kann Das wäre natürlich noch zu Das müsste man testen So 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 Genug Okay Super Dann stopp Moment haben wir hier schon alles erkundet Ja hier in der Gegend haben wir alles erkundet Dann gehen wir zurück Nehmen natürlich noch die Berrybüsche mit Puff habe ich auch noch dabei Das heißt ich kann auch noch Also Puff, Männer Irgendwie Wie nennt man das jetzt so? Das ist Männer Genau Genau Aber ich nenne das so gerne im Grunde jetzt Puff Warum auch immer Weil es so einen Puffigen Eindruck macht Oder ich Verbinde das mit Pups Und sag deswegen Puff Was aber strange wäre Genau an so einer Stelle wollte ich rauskommen Wir brauchen nämlich noch Blumen Damit wir nicht verrückt werden Dann bewege ich mich jetzt mal hier nach oben Und hoffe dass ich zwölf Blumen finde Elf Nicht zwölf Ja da sind wir schon das erste viel Wir werden langsam wahnsinnig Und die gerade auftretende Nacht Hilft da nicht wirklich bei So Und dafür haue ich jetzt nämlich die Spinnnetze raus Oder? Ne kommt dafür Ne machen wir mal anders Dafür haue ich jetzt die Schaufel raus Die brauche ich jetzt eh nicht mehr So Blumen Super Super Okay Das heißt wir haben schon mal ein bisschen was gefunden Jetzt gerade Bro Are wir Okay Dialog Ja W Ahmed Dr Okay. Hier kann ich mal eine feste Basis einrichten, deswegen habe ich hier gerade das vorhin gemacht. Ist das die, die wir kennen? Das ist die, die wir kennen, genau. Genau, das ist die, die wir kennen. Und für den Science-Menschen reicht es wohl nicht, weil kein Gold... ach so, verstehe. Kein Gold in Anführungszeichen. Die brauche ich jetzt eh nicht, weil ich habe hier alles erforscht. Ach so, die habe ich jetzt schon gebaut, oder was? Egal. Okay, jetzt habe ich es hier schon gebaut, na egal. Oh, da. So. So. Uh. Und auch hier nochmal. So. Guck. Und klack. Jetzt ist man hoffentlich noch nicht durchdrehen, aber das wird jetzt eigentlich kein Problem sein, sobald ich hier raus bin. Ja, du hast gerade Probleme mit dem Durchdrehen, ich weiß, aber das regelt sich schon bald. Oh, ne. Woh denn? Bleib weg. Ooooooooh!